Mein Abschiedsvideo für ganz besonders Powered by Plants konnte nicht veröffentlicht werden, weil ich im Hintergrund die Musik von La Düsseldorf gegeben hatte. Ich hatte drei Minuten überzogen von meinen Kommentaren. Bei Powered by Plants habe ich viel gelernt, viel nachgelesen und mich aktuell gehalten in der kritischen Theorie. Dafür danke ich ihm sehr und ich möchte deshalb auch noch einmal nachtragen, was aufgrund von Upload-Rechten nicht erscheinen konnte. Ich sage der ganz, ganz, ganz vielen Dank. Und was immer man macht als kritischer Mensch in dieser verschissenen Gesellschaft, man macht wahrscheinlich das Richtige. Und irgendwann werden wir uns alle wieder treffen. Denn, wenn wir nicht da sind, bleibt es eh, wie es ist. Und das soll nicht sein. Gute Grüße, insbesondere an Powered by Plants.